997, das ist die magische Zahl des Tages, denn so viele Harry Potter Lookalikes müssen heute im Laufe des Tages auf den Hamburger Rathausmarkt kommen. Dann haben wir es geschafft, dann ist der Weltrekord von 2017 aus Australien geknackt. Und wenn Sie jetzt noch vorbeikommen möchten, müssen Sie nicht zum Kostüm verleihen, es reicht ein Umhang, eine Brille und eine Narbe im Gesicht. Dann gelten Sie als Harry Potter Lookalike, dann werden Sie mitgezählt. Und wenn Verkleiden nicht so ihr Ding ist, man kann auch so auf den Rathausmarkt kommen. Ab 14 Uhr beginnt hier das Bühnenprogramm und das wird bunt. Es gibt Lesungen, es gibt Musical-Ausschnitte, also ein Besuch auf dem Rathausmarkt könnte sich heute so oder so lohnen.